Für uns ist Urlaub Du kannst gemütlich durch Wälder radeln Dabei begegnen dir lauter fische Madeln Fahr, 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 fahr mal nach Mühldorf, ja Fahr, 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 fahr mal nach Mühldorf, ja Fahr, fahr, fahr mal nach Mühldorf, ja Fahr, 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 fahr mal nach Mühldorf Fahr mit Es muss nicht immer Italien sein, nach Mühldorf lädt uns die Sonne ein. Du kannst am Stadtplatz ne Pizza kaufen und dann als Jogger nach Starkheim laufen. Die Möglichkeiten sind ideal, denn unser Mühldorf liegt sehr zentral. Passau und München besuchst du gerne und auf der Chiemsee liegt nicht in weitem Ferne. Fahr, 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 Fahr mal nach Mühldorf ja! Fahr, 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 Fahr mal nach Mühldorf ja! Fahr, 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 Fahr mal nach Mühldorf ja! Ja, fahr, 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 fahr mal nach Mühldorf, fahr mit. Mühldorf, fahr mit. Denk dran, bevor du nach Urlaub suchst und wieder mal, lass mir nicht buchst. Du kannst dir Geld und Nerven sparen, du musst doch nur zu uns nach Mühldorf fahren. Fahr, 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 fahr mal nach Mühldorf, fahr, 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 fahr Müller-Bramen, Müller-Bramen